Insgesamt 50 Störche leben derzeit in der Storchenpflegestation Wesermarsch von Uwe Hilfers. Der Storchenexperte päppelt die Tiere wieder auf, wenn sie verunfallt sind. Manche können wieder ausgewildert werden, bei anderen sind die Verletzungen zu groß. Sie bleiben dann auf der Anlage in Berne. In diesem Jahr berichtet der Vogelkundler allerdings von einer höheren Anzahl an verletzten Vögeln. Waren es im Jahr 2021 noch fünf Fälle, sind es in diesem Jahr schon dreimal so viele. Wir sind in diesem Jahr schon bei ungefähr 15 Ausfällen von Störchen hier in der Region, die entweder gestorben sind, schwerst verletzt sind oder die Abhandengekommenen, die zähle ich jetzt gar nicht mit. Das sind mindestens auch noch mal fünf Stück, die man nicht gefunden hat. Da kann es natürlich sein, die liegen irgendwo tot auf der Wiese, aber die kann man ja nur mutmaßen. Es gibt auch mal den Fall, dass einer einfach verschwindet, weil er die Nase voll hat. Und Jahre später sieht man den noch mal wieder. Den hat man vielleicht als tot eingestuft, ist aber gar nicht tot. Und bei den 15 Fällen dieses Jahr, und dieses Jahr ist noch nicht so lang, das Störchenjahr, ist es doch schon ganz schön viel, so viele Fälle aufnehmen zu müssen. Gründe für die Verletzungen der Störche, die teilweise auch tödlich enden, gibt es mehrere. Man kann das nicht mehr direkt dem Verursacher zuordnen, aber man kann schon sehen, ob es sich um Leitungsanflug handelt, Verkehrsopfer oder ob dort ein Windrad direkt ein Teil abgetrennt hat. Wir haben einen Fall, da sind zwei Störche vermutlich vergiftet worden, wobei wir bei der toxikologischen Untersuchung nicht feststellen konnten, dass da Gift im Einsatz war. Wir wissen aber nicht, es gibt immer Gifte, die man nicht so nachweisen kann. Und es ließ sich nicht klären, woran die beiden Störche, die Brutstörche, die beide tot unter ihrem Nest lagen, gestorben sind. Und das ist ja auch ungeklärt. Fest steht, die Energiewende sorgt unter anderem dafür, dass sich das übliche Lebensumfeld der Vögel verändert. Windkraftparks entstehen an Wäldern und Feldern. Wenn die Tiere auf der Suche nach Beute von den Rotoren getroffen werden, ist die auswirkende Kraft so enorm, dass oftmals Beine, Flügel oder andere Gliedmaßen amputiert werden. Die Gefahr ist natürlich dort, wo Vögel direkt betroffen sind. Es gibt sicherlich Orte, wo man Windkraft so aufstellen könnte, ohne ein hohes Tötungsrisiko oder Verletzungsrisiko. Aber es gibt auch Standorte, wo es sehr problematisch ist. Also dort, wo sehr viele Großvögel, meinetwegen, die dort betroffen sind, reinfliegen können. Und es ist halt so, es ist immer nur eine Frage der Zeit, fliegen sie heute rein, morgen rein oder beim hundertsten Mal vorbeifliegen. Aber es passiert immer wieder oder sehr häufig. Uwe Hilfers Ziel ist es nicht, Windparks zu verbieten. Er weiß, dass ohne diese die Abkehr von fossiler Energie unmöglich wird. Aber er wünscht sich, dass alle verfügbaren Mittel zur Vermeidung von Tierleid ausgenutzt werden. Wichtig wäre es, dass man also Lösungen erarbeitet, die für alle tragbar sind. Also sie werden immer zu Schaden kommen, auch andere Vögel. Aber man muss das halt minimieren. Und man muss da einen Mix finden, wo man sagen kann, es ist vertretbar. Und da ist es eben auch wichtig, dass alle möglichen, die dazu was zu sagen haben oder Ahnung haben, auch gehört werden. Und dass das nicht nur am grünen Tisch oder von irgendwelchen Kartierern irgendwas festgeschrieben wird, damit sie den Park genehmigt kriegen. Sondern, dass man auch wirklich Fachleute mit ins Boot holt, die dort was zu sagen können. Und es wäre doch wünschenswert, dass das alles vernünftig gleich von Anfang an, ohne nachher Anfechtungen vor Gericht und so weiter kommen, wo dann das Ganze wieder gekippt wird. Und das kostet Geld, Zeit und ist nicht gut. Im Moment ist der Storch immer noch positiv belegt und die Leute nehmen sehr großen Anteil dran, wenn Störchen irgendwas passiert. Und das ist ja auch gut so. Sonst, wenn wir alle abstumpfen und sagen, ist doch ganz egal, ist doch nur ein Vogel, ob der nun tot ist oder nicht, das wäre wohl ein falsches Zeichen.